Hallo und willkommen zurück zur nächsten Aufnahme von The Wasteland Von mir fährt er, da läuft einer, da läuft einer, da läuft einer, ich muss ihn töten Hab ich ihn überfahren, hab ich ihn überfahren Oh Gott, oh Gott, nein, ich hab ihn nicht überfahren Oh nein, ich Idiot Ich wollte ihn überfahren Nein, der hat mich erschossen, der Arsch Oh Mann ey, ich Idiot ey So knapp dann vorbei geheizt, ey Roadkill Ja gut, willkommen zurück, nächste Folge The Wasteland Ralf ist gleich mal tot Fängt ja super an Egal, ja, da kann ich mich nicht in deine Nähe spawnen Sollte ich jetzt erstmal drei Kilometer fahren müssen bis zu dir Das wäre jetzt auch nicht so der Hit gewesen Ja, also ich bin da immer noch an dieser Position Ja, ich komme auch hoffentlich gleich zu deiner Position In der letzten Folge gab es einen übelen Teamkiller Bin ich gerade Und wie hieß da nochmal, Effekt, Effekt, ich war schon wieder vergessen Ja Okay, ich kann auf jeden Fall bei dir spawnen, das ist schon mal sehr gut Der Hundemensch Der Hundemensch, ja, hat nichts mit Watch Dogs zu verwechseln Ich bin auf jeden Fall ein Fahrzeug, klingt sehr interessant Ich seh dich, Alter Ja, ich bin auch wieder hier Du bist direkt hier bei mir Naja, ich muss nur wieder gut Pass auf, hier sind Feinde, Alter, hier sind Feinde Wirklich? Wir sind geschossen, da sind Sachen explodiert Ich muss aufpassen, hier sind irgendwo Feinde Gehe hier gar schon ganz versteckt durch die Gegend, ey Gebt mir die Munition, gebt mir die Munition Ich bin voll, okay Pass auf, feindliches Fahrzeug Kommt Jo Heißt du das, ja, ne? Ja, ich hör's Bei mir ist aber die ganze Zeit durchgehend, dieser Ton vom Gas geben Ja, kann sein, dass der irgendwie im Sack ist Ich seh, ich höre noch jemanden nachladen Wow, ich hab auch jemanden nachladen gehört Wann? Ich weiß nicht Wenn der hier reinkommt, ist der ein toter Mann Das war ich mit dem Magazin-Switch Du bist rechts oder links von mir Okay Okay, von rechts Okay, Herr Schüsse, Herr Schüsse Ja, die kommen von dir aus gesehen rechts, wenn du raus schaust Ja, ich gucke mal, ob ich die seh Aktuell seh ich keinen Feind Ich auch nicht Darum ist auf jeden Fall eine Roschner SUV Aber kein Gehtner Kontakt Da ist gerade einer von uns zum USW gelaufen Ich geh nochmal ein bisschen runter Ich bin da ziemlich offensichtlich auf so einem Dach oben Naja, ich hatte auch gerade voll krass runtergeschaut Seh tue ich keinen, vielleicht hat er einfach so geschaffen Ich habe jetzt auch nicht in den Chat geguckt, ob da jetzt jemand gestorben ist Ich seh dich gerade, du läufst unten rum Jop Ich bin schon mal sauber da, wo du hinläufst eigentlich Wenn ich springe, ich runter und rette dir das in die Ja, Mann Rambo Okay, der SWW wurde gelootet, aber kein Gegner in Sicht In dem Fall habe ich übel die Waffe hier Ja, der Typ ist tot, man Der hat den erschossen haben, der SWW Okay Ähm, wie sieht das aus, wann wir uns hier ein Fahrzeug nehmen? Hm, gut Job Oh, hier liegt auch noch eine Waffe Ernsthaft? Warum? Ich bin zwei Meter gesprungen und bin gestorben Okay, ich komm Ah, da, das bist du hier? Ja, das bin ich Ja, wie geil Ich bin zwei Meter gestorben Und bin gestorben Aber wie, ich glaube, meine Waffe weiter schon jetzt meine Waffe zu haben, oder? He just died from the steps Nee, der drüben liegt auch noch eine Waffe Wir haben gerade genug Waffen Glauben, hier ist gerade nichts Kein Stress wegen Waffen Gegenüber hinter dem SWW liegt noch eine Waffe Die hängt er in der Luft rum Und da nimmt er nicht selber einen auf dem Rücken Die gleiche, wie ich hatte übrigens Ja Hier ist noch Essen Das schwillt manchmal in der Luft Was ich sehr interessant finde Thank you very much Thank you Pass auf, gleich sagt er Ja, bitte, gern geschehen Ich habe auch mein Geld, glaube ich, wieder, oder? Ne, ich habe mein Geld nicht mehr What the fuck Ja, du müsstest aber noch da rumliegen Wow, Explosion Ja, ich sehe es Ich habe hier noch eine Kativa Aber die behalte ich Ich behalte die Waffe, die ich habe Komm mal zu dir Fahren wir damit weg? Ja Bin gleich da Ich würde sagen, wir fahren mal ein bisschen Richtung Norden Zum Todes-Shot, oder wie auch immer das Ding heißt Wow, guck mal, wie der da gefahren ist, hast du es gesehen? Ja, ich wollte fuck auf zwei Rädern So, die Nummer auf jeden Fall Ja Wow, wow, wow Was, so lahm, ja, schlicht das Auto Wow Okay No wrist, no fun, oder? Fahr mal auf road Ach, da unten, oder was? Ja, eigentlich weniger Ne, da wollte ich gar nicht hin Da hinten dann hin, oder? Ach so, links, okay Ne, ich fahre lieber mit dem Berg Ich bin auch mit der Straße Fiel mir sicher mit dem Auto hier Weil das so extrem krass Ähm Der ist Aufhört auch abkackt da, genau Und da brauche ich ein bisschen Straße brauche ich da schon noch zu fahren Ich auch Das ist bei mir auch immer so, wenn ich mit dem schnellen Ding dann bin Lass mal so gegen Bots was machen Ja, können wir Ähm, wo ist denn hier Da ist, da Caption der Base Da zum Schluss muss man die Base Caption Ähm, ich sehe kein rotes Ah doch hier Super Okay, da fahren wir hin 1,9 Kilometer links Ich sollte sogar noch Bin ich auf der richtigen Straße? Wahrscheinlich schon, oder? Auf jeden Fall wird die Zeit klein Der Kerl ist immer noch hinter uns Ne, der folgt uns jetzt Oh, okay, aussteigen Ja, du bist mit voller Vollem Karacho hinter die Mauer rein Ja Aber wirklich mit vollem Karacho Alter, du backst sogar in der Mauer drin, Mann Warum hast du das gemacht? Weiß ich nicht Das war doch keine Absicht Du machst Sachen, ey Alter, das backst du voll in der Mauer drin Ja, could you drive to the Caption of the Base, please? Du musst nicht stehen bleiben Achso, doch Der weiß nicht, wo es ist I'm just to the left Just follow the road And I will never get you Oder gib doch jetzt einfach mal Gas, Kumpel Ist noch voll weit weg, ey Kann dich nicht hören, Ralf Sergeant Knox kann mich nicht hören Ist der das? Okay Naja, das ist der Ah, der ist dann so deutsch, okay Warum schreibst du eigentlich? Achso, er kann dich nicht hören Ja, weil Ich kann mich nicht hören Was? Dachte ich mir Dann schreibe ich immer, Stefan Das wäre vielleicht eine gute Alternative Naja, egal Ich kann ihn aber auch nicht hören Boah, ich muss gleich noch einkaufen, Mann Ja, ähm, ganz kurz Mhm, ganz kurz Ähm, der Typ, den hab ich vorhin beschimpft Äh, beschuldigt, dass er mich geteamkettert Aber das war er doch wahrscheinlich gar nicht Weil den Namen hab ich mir gemerkt Weil so, die merk ich mir mal War schon so, Teamkiller Aber ich kann mir nicht vorstellen Dass der uns jetzt hier irgendwo in der Gegend rumfährt Wer der mich vorhin getötet hat Weil wir nicht alle so sind wie der Hundemensch Ja Man of Dog Ich hab mal links Koppelverlinks Sehr gut Sehr gut Ja, man hat's da auf Ja, man hat's da auf Wo ist jetzt hier das Lager, was wir capturen müssen? Haben wir gerade aus 800 Meter Schauen wir mal auf die Karte Du musst das, siehst du, das rote Kreuz Wird vor uns Auf dem Berg Capture-Bed Ich bin mal gespannt Müssen wir wahrscheinlich gegen Bots kämpfen, wa? Ja Wir haben ja Waffen dabei Ja, wir haben ja Waffen dabei Ja, klar Ich hab eine MXC, glaube ich sogar Doch, aus nach einer Base dahinten Ja, da sind wir schon mal ein Fahrzeug in der Luft bei mir Oh, wir sehen uns vorbei Na, toll Scheiße Aber kannst du mich denn jetzt hören? Ich weiß noch nicht, warum du mich hören kannst Aber es wäre nett, wenn wir in die nächste Stadt fahren Ja, wir werden was sagen, ne? Fahr einfach weiter, komm, komm Kannst du in die nächste Stadt fahren? Ja, weil hier US-Tastatur und so Ja, 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 ja Wird keine ausreden Viel Spaß Ich hab übrigens immer noch 700 Dollar, ne? Also wir können richtig was einkaufen Sofort Jo, gerne Bei mir wird alles rot angezeigt Alter, komm, gib doch mal Gas jetzt hier Was ist denn mit dem los? Da lauf ich ja schneller hin Da oben sind ja noch Gegner auf dem Berg, oder? An dem Baum sitzt noch nicht noch welche links? Ja, wollen wir nicht töten? Ach so, nee Scheiße, das sind doch so Säcke, die wir einsammeln können Das ist Gold, äh, Geld Ja, warum müssen wir uns sammeln, die wir nicht einbauen? Ja, weil dieser Fahrer natürlich uns nicht hört Weißt du, das ist das Hier liegt auch noch einer Ey, komm mal aussteigen Ich spring jetzt einfach ab Ja, scheißegal Ach, ich mal Na, nee, den sag ich gar nichts mehr, das dauert alles viel zu lange, man Ja, der ist viel zu gut So, okay, komm Da sind auch das Säcke, die wir einsammeln Alter, hier ist der MXC, die ich hier gefunden hab Ja, die hab ich auch Rundenhelm, alter wie geil Ähm MXC Ich will auch die Typen Yes, man Aber warte mal, ich muss doch ganz kurz hier mein Visier wegmachen Ja, man, ich hab sogar jetzt ein Dings mit Das ist ja ehig Ich hab ne Schlange mit hier, Pickup Snake Endlich hab ich ne Snake, man Warum auch immer Wie jetzt, das ist ganz viel Geld jetzt, oder was? 200 Eis kalt, 200 Dollar liegen hier einfach drum rum Und ne Leiche von dem Typen, von dem ich jetzt erstmal alles abgeknüpferde Übrigens kannst du meine Waffe nehmen, wenn du möchtest Ne, ich hab schon, danke, danke, alles gut Das ist ja eine mit Granatwerfer, man Ja, ich hab auch nichts zu sehen Aber ich scheiß drauf, ich will keine mit Granatwerfer, ich schieß damit sowieso nicht Gegner in Sicht Ja, woher kam das, weißt du das? Ja, das seid vor mir In diesem, in diesem In diesem Teil drin Das sind zwei, direkt in diesem Vorher sind zwei Leute dran Ich hab nur noch elf Schuss irgendwie Ist einer am Rund Ah, fuck man, warum ich denn auch stein geblieben habe nachgebrochen, ey Das passiert mir jedes Mal, dass ich nachlade, bevor ich mich auf jeden Fall schieß Ja, ich bin schon tot Versuch jemand zu töten, um dich wieder zu beleben Du siehst, das sind zwei Stück Leute, das sind zwei, denk dran, da sind zwei drin Ja, warte mal kurz Und Sergeant Nox, aufpassen, schreibt er jetzt, na, tolle Idee Wer hätte das gedacht, Sergeant Nox Ja, fuck man, auf jeden Fall, fuck Ich will respawner, das wird nix Und wir müssen Sergeant Nox loswerden Wenn der wenigstens mit uns reden könnte, weißt du Wir müssen es ja verstehen Aber Scheiße, Mann, das klappt nicht so, wie ich will Ich hatte sogar eine Granate und ich hab sie nicht geschmissen Da fällt mir gerade ein, oder hatte ich die vorher? Can I get a revive? Und Sergeant Nox ist auch tot, super Ja, warte, ich guck mal, ob ich die da drin kriege, okay? Naja, bitte, haut drauf, Mann Bin mir mal nicht ganz sicher, ob ich das schaffe Versuch's aber Leg mich um auf den Berg drauf Ja, bleib da, ist gut Schilder erstmal Ich seh den Typen, ich seh den Typen Hab ihn, einer ist tot Ja, sind zwei, denk dran, sind zwei Ja, alles gut Einer ist tot Anderen seh ich nicht Du liegst da noch, ne? Ich bin schon weg, ich bin schon weg Ach, warum machst du sowas? Aber das ist viel zu lange dauert, ich würde die ganze Zeit am Boden rumliegen Ja, ich hätte mich jetzt ja schon beeilt Ich gehe ein Risiko ein Nee, nee, das ist schon, das dauert viel zu lang Wirklich, ich würde jetzt die ganze Zeit am Boden starren Und meine Zuschauer können gar nichts sehen Das wäre nicht so sinnvoll Versuch die alle auszuschalten und guck dann, was die haben, ne? Alter, ist das Auto schnell The car is totally wrecked, guys It's totally wrecked That doesn't make any sense to drive on it Scheiße, man Bist du dir sicher, dass da wirklich zwei waren? Ja, 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 ganz sicher Ganz sicher Gut Vertrau dir da natürlich Logischerweise Ja, let's go Fred Ich weiß Er hat noch gutes Zeug gehabt, so wie ich das sehe Alter, das gibt es noch nicht, ey Ich steige hier wieder aus, ey, es geht mir jetzt zu sehr auf den Sack Ich muss ein anderes Fahrzeug fahren Oh, wie sie alle hinterher rennen wieder, ey Das geht's halt nicht Also, Sergeant Knox ist auf jeden Fall Fanboy Fix mal ein Mikro, wenn du die Folgen ja siehst, mein Kumpel Du brauchst unbedingt, du musst kommunizieren können Das geht sonst nicht Das alles ist völlig auf den Arsch sonst Okay, ich habe auf jeden Fall schon mal ein Fahrzeug Versuch den anderen auch zu schalten im Lager Und dann versuche ich mir die Waffen von denen zu schnappen Ja, awesome Wie gesagt, da ist definitiv einer, ein zweiter drin Also Aber dann hat der ganz schön lange, weil dann scheint der echt nur an einer Position Die ganze Zeit zu sitzen und sich nicht zu bewegen Ja Weil, äh, es bewegt sich nichts in diesem Camp Wirklich gar nichts Alter, Sergeant Knox, Mann, ey, du Renn nicht die ganze Zeit hinter mir her, ey Du machst mich aggressiv Ja, mein Name ist aber, was ist das denn hier für ein Geländer Rennen wir nicht immer hinterher, mein Kumpel Man, versteht der das nicht? Oh, jetzt war ich die Tür vom Zylsere durch die andere Tür Leute Please Oh nein, oh nein, ich bin tot Ich bin aus dem Turm gefallen Und Sergeant Knox auch Das gibt's doch nicht Ich glaube, der ist, ich glaube, der ist nicht mehr da, Kollege Dann geh doch mal in das Camp da rein Stirn es mal Ja, wenn, wenn du wirklich recht hattest Und da ist einer Dann, äh, kämpft der mit Sicherheit in diesem Gebäude, was da vor ist Vielleicht, ja, wie gesagt Also, der war in dem, der war in dem Camp drin vorhin Äh, war der denn in diesem grünen Kasten, in diesem Kastengebäude drin? Dann weiß ich nicht Da waren auf jeden Fall zwei Das hat mir jetzt nicht gemerkt, ob der da war oder nicht Wow Ja, der war ja dahinter mir Das war der gleiche, den ich vorhin schon getötet habe, glaube ich Also, du wurdest jetzt auch getötet? Ja, ja, von hinten Von irgendwo her Also, du siehst ja, wo ich bin Ich bin ja auch gerade erst gespawnt Da kommen, das waren aber mehrere Keine Ahnung, wie viele Hey, Sergeant Knox schon wieder Hat er auf, mich zu schießen, ey Was ist mit dem Auto los? Wo bist du? Da Ja Ja, toll Habe ich einmal die Hoffnung, dass ich noch was abstauen kann und dann Ja doch, du hast doch einen gekillt, Mann Ich bin als erstes gestorben Was für jeden Fall besser gemacht hat er sich Wie schießt der, Mann Was ist denn mit dem falsch? Weiß ich auch nicht Bist du behindert? Wer denn überhaupt? Alter, was ist denn hier los? Warum bewirkt sich denn da oben das ganze Gebäude? What the fuck? Warum bewirkt sich denn da oben das ganze Gebäude? Achso, das ist hier mit der Baut gerade jemand was, oder? What the fuck? Das war das, wow, das Auto, leck mich am Arsch War das ein Hacker? Ne, 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 das hat sich da reingepackt in die Mauer Und das ist jetzt gar gespawiert Weil das so gemacht hat so So ganz schnell, als wenn so 1000 Schüsse gleichzeitig kamen Was macht denn der Nox da, der Typ, Mann Der ist der totale Freak, jetzt hat er da dieses scheiß Gerüst Die ganze Zeit in der Bauten Alter, was hat der für ein Problem, ey Vielleicht ein geistiges, wir wissen es nicht Ja Ist zwar sehr traurig, aber Ja, kann mir nicht helfen Herr Nox, Mann Brauchst du nicht alles kaputt? Ich stelle auch wieder so eine Mauer rum Ich rede jetzt auch mit einer Mauer rum Ist mir auch egal Es wird jetzt eine Mauer dabei Ich stelle jetzt mal da hin So Hm Hm, wir sind keine Fahrzeuge mehr Siehst du irgendein Fahrzeug? Hm, wir haben schon eins Ich komme jetzt Yay Ich finde das nur ein bisschen schade, dass man an sich ja nichts erreicht So richtig Weil ich komme ja so verloren vor Oh Man hat kein richtiges Ziel, keine Motivation Doch, das will ich jetzt nicht sagen Das überhaupt nicht Echt nicht? Nee, ganz und gar nicht Wir gewinnen ja nicht, wir verliehen ja die ganze Zeit nur Ja, ja, das ist aber ein Problem von uns Das hat auch nichts am Mod zu tun Wir müssen halt mal zu diesen Missionen dahin Und Sarge und Not Nee, Phil ist diesmal tatsächlich schon Er will mit, wa? Egal Nee, der hat in den Trunk geschaut Wir können jetzt einmal zu Capture Wickel fahren Wo beide sind schon wieder welche unterwegs sein Da sind wir die mal Für mich einfach sagt, wo ich abbiegen muss Okay Ich war erstmal die Straße und dann Die ganze Straße und dann fahren Da runter ist okay Dann links Ich meine, es ist fast so sehr bewegt, wie wir vorhin auch gefahren sind Nur, dass ich gegen die Wand gefahren bin Also denkt daran, da vorne kommt so ein Stein So ein ganz gemeiner Übrigens ist das Fahrzeug voll, ne? Wie voll? Ja, voll Ja, was denn voll? Mit dem Kofferraum voll, oder? Nein, der, äh Tank Tank Dann sagt er es doch, dass der Tank voll ist Links, oder links oder rechts? Weitere mal ganz kurz Falsch, falsch, falsch Äh, rechts, Entschuldigung Wo rechts? Dahinten, ne? Nee, nee, schon vorher Bei der Kreuzung gerade eben Es gibt noch eine Mission gerade Das kann nicht wahr sein, oder? Oh, Capture Base ist noch am Flughafen Super Ja, du nimmst fuel, ich war nicht schlecht Genau, da, da, wieder links Da vorne Sei zu spät gesehen Ich war nicht oft Ja, okay Oh Wie bitte? Ach, sagst du oder was? Ja, es war gerade ein bisschen haarig Also, es sind schon welche an diesem Das ist ja auch noch krass, man Das ist ein Elfrid schon wieder Da fällt gerade ein Elfrid rum Bei Capture Vehicle Oder das haben sie Das war schon die Mission Die haben Elfrid sich geholt Ist auch gut möglich Weil mir brennt die ganze Zeit Siehst du, das war wieder ein Stein Ich hab's genau gewusst Du bist auch dagegen gefahren Ne, bin ich nicht Doch, doch Ich hab's genau gesehen Da ist voll der Staub Bin nicht dagegen gefahren Doch, natürlich Nein, sonst hätte ich doch Schaden, Kollege Doch, du hast doch voll Schaden Ich hab keinen Schaden Du hast einen Dachschaden Sei ruhig, Mann Okay, ich schau doch auf die Map, ey Fahr mal vorsichtiger hier Okay Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ewig bis dahinter Das sagt der, der nicht mal einen Kilometer weit gekommen ist Ja gut, ich hab mir trotzdem mir gegeben, Mann Für meine Verhältnisse war das echt gut Das ist voll kaputt, das Fahrzeug, hier siehst du Also wenn irgendwo noch ein Fahrzeug ist, können wir ganz gut machen Ich glaube, dass es nur so langsam ist, ey Das Fahrzeug, das wir haben Shift Ja, drück' ich doch schon die ganze Zeit Ja gut, hätte ich sagen können Ja, das fährt er schneller Wow Okay Und jetzt Eigentlich nur noch gerade aus Wirklich gerade aus durch den Wald Oder links die Straße entlang, wie du willst Genau, wenn du auf der Fahrt die Straße mal weiter Dann sag ich, wann wir Zu Fuß laufen Wenn es 200 Metern anhalten und dann zu Fuß weiter Wann jetzt 200 Metern? Jetzt, du kannst auch rechts runter in den Wald einfach fahren, wenn du willst Wenn wir hier rechts reinfahren Solange es geht Alter Schwede Okay, das war ein Baum Wir sind da So, du siehst auf der Map das Ziel Ähm, japp Da unten ist auch Das steht da, also ich sehe es Siehst du irgendwo gegen? Ich sehe nur, dass es ein Fahrzeug qualmt Da ist jemand, da ist jemand Da ist jemand Gehfried mit HMG Der gehört gar nicht zu uns Aber du sitzt direkt vor mir Ey, du bist ja echt immer der Beste Ey Setz dich genau in meine Schusslinie Wow, vor mir fliegt einer, hä? Wo kommt der denn? Alter, das sind 10 Leute oder so Alter, das tut ich da halt vor mich geführt Das war auch gut Kannst du mich noch wiederbeleben? Wahrscheinlich nicht, ne? Warte, 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 warte Ich glaube, ich habe schon was geklickt, glaube ich Deswegen kann ich so wiederbeleben Ja, nee, du bist schon nicht mehr rot Ich kann nicht mehr wiederbeleben Ja Ja, da sind sowieso ganz viele Also kannst du vergessen Ja, zumindest einen habe ich schon erwischt Oh, von hinten Ja, siehst du, da sind mega viele Wahnsinn, aber das waren auf jeden Fall Keine Oh, es ist wieder Nacht geworden Keine CPU-Gegner Und meine lieben Freunde Wer es euch gefallen hat Schreibt es uns in die Kommentare Wir wünschen euch noch einen schönen Tag Bis zum nächsten Mal Macht's gut Bis zum nächsten Mal Tschüss